Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für den Januar für alle 12 Sternzeichen. Wann euer Zeichen drankommt, das habe ich unten in der Videobeschreibung genau aufgelistet. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, das wollte ich euch mal zeigen. Wenn ihr das Video am Laptop oder am Computer guckt, am PC, dann sind diese Zeiten verlinkt. Ich zeige euch das mal eben. Hier ist das Video vom Dezember und hier steht zum Beispiel der Widder bei 2,21 und wenn ihr da draufklickt, das könnt ihr direkt anklicken, zack, seid ihr beim Widder. Oder nächstes Zeichen, wenn ihr dann zum Stier klickt, zack, habt ihr den Stier. Also, das könnt ihr machen, funktioniert aber leider nur am PC, nicht auf dem iPhone oder Tablet, aber trotzdem, den Tipp wollte ich schon mal weitergeben für euch. Aber vielleicht sind für euch ja auch andere Sternzeichen interessant, die eurer Herzallerliebsten, vom Chef oder Kollegen oder anderer wichtiger Menschen. Der Januar kann ein sehr dynamischer, produktiver Monat werden, aber wir haben auch komplexe Konstellationen, die vor allem in der Liebe und auch finanziell Probleme anzeigen, wenn wir nicht achtsam und realistisch mit den betreffenden Situationen umgehen. Schaut euch dazu bitte auch noch die kosmische Schwingung vom Januar an. Falls ihr Beratungsbedarf habt, meldet euch gerne bei mir, entweder auf meinem Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Bevor wir loslegen, hier noch der Hinweis, dass ihr alle langfristigen Tendenzen des Jahres mit den Geburtstagskindern und allen wichtigen Planetendaten natürlich jederzeit in meinem Jahrbuch nachschlagen könnt. Ihr könnt das Buch über meine Homepage oder direkt über den Link unten in der Videobeschreibung bestellen. Und ein Jahrbuch mit einer persönlichen Widmung von mir gibt es auch in meiner Verlosung zu gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Und jetzt schauen wir für euch in die Sterne. Wir fangen an mit den Widdergeborenen und Widder-Ascendenten. In der Silvesternacht wechselt euer Herrscher Mars in euer eigenes Zeichen Widder und bleibt dort bis Mitte Februar. Das ist eine super Phase mit viel Schwung, Produktivität und Durchsetzungskraft. Nehmt euch auf jeden Fall ein oder mehrere wichtige Projekte für den Januar vor. Ihr habt genug Kraft, um eine Menge zu erreichen. Ihr solltet den Neumond der Manifestation vom 6. Januar dafür nutzen, über eure berufliche Zukunft nachzudenken und Pläne für eure Karriere zu machen. Denkt dabei aber auch daran, welches eure privaten Ziele sind und wie ihr das gegebenenfalls unter einen Hut bringen wollt. Darum kann es nämlich im Januar einige Konflikte mit dem Partner oder der Familie geben. Und dann ist es gut, wenn ihr für euch Klarheit habt, wie viel Zeit und Anstrengung ihr jedem Lebensbereich widmen wollt. Ab dem 7. Januar und bis zum 3. Februar steht euch die Venus dabei hilfreich zur Seite, die zusammen mit Jupiter durch euer neuntes Haus der Pläne und Ziele läuft. Und das begünstigt eben auch Pläne, die man für die Beziehung und Partnerschaft schmiedet. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr der Liebe auf einer Reise oder Fortbildung oder in einem Hobbykurs begegnen. Beruflich seid ihr besonders kreativ in der Zeit vom 11. bis zum 17. Januar. Dann kommt eine etwas schwierige Phase, denn zwischen dem 18. und dem 23. Januar kann euer Herrscher Mars von Saturn blockiert werden. Und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht aneckt, wenn ihr zu forsch auftretet mit Mars in eurem Zeichen und euch damit Ärger einhandelt. Außerdem kann es dann zu Verzögerungen kommen. Also achtet bitte darauf, dass ihr gegebenenfalls eure Deadlines einhaltet oder wenn ihr ein Projekt zeitlich nicht schafft, rechtzeitig Bescheid sagt. Am 20. Februar geht die Sonne in den Wassermann und das ist eine für euch sehr günstige Energie. In den kommenden vier Wochen ist eine gute Phase für euch, um Freundschaften und auch das berufliche Netzwerk zu pflegen. Am 21. Morgens ist dann der Vollmond mit der Mondfinsternis. Der kann euch nervös machen, denn er fällt auch noch in die Phase mit der Marsblockade. Es könnte euch also passieren, dass ihr, um dem Druck zu entgehen, euch in irgendein Vergnügen stürzt und darüber beruflich Wichtiges liegen lasst. Dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr dann keine wichtigen Abschlusstermine oder Deadlines verpasst. Das lässt euch sonst nämlich nicht gut aussehen. Ab dem 24. Januar habt ihr aber dann wahrscheinlich Grund zum Feiern, wenn ihr alles gut hingekriegt habt. Danach wird die kosmische Energie für das Wetterzeichen sehr angenehm. Das ganze Wochenende ab Freitag, den 25. und bis zum 27. habt ihr durchweg sehr schöne Konstellationen, um zu feiern oder vielleicht auch für eine kurze Reise mit schönen Liebeserlebnissen. Und der Monat dürfte auch angenehm für euch ausklingen. Natürlich habt ihr auch im Januar durchweg Spannungsaspekte zu Saturn und Pluto, die starken beruflichen Druck anzeigen. Mehr darüber erfahrt ihr in meinem Jahrbuch und auch, welche Geburtstagskinder diese Aspekte empfangen. Und jetzt kommen wir zu den Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Ihr gehört zu denjenigen, die mit den ganzen Konstellationen am wenigsten Stress haben. Und wenn doch, dann empfangen andere Planeten oder vielleicht auch euer Aszendent die schwierigen Aspekte. Aber die Stier-Sonne kann sich weitgehend ungestört entfalten und an der Verwirklichung ihrer Herzensprojekte arbeiten. Diejenigen Stiere, die sich über die Feiertage, um die Familie gekümmert und für ein festliches Weihnachten gesorgt haben, können auch einfach mal ein bisschen ausspannen. Der Neumond der Manifestation am 6. Januar fällt bei euch ins Haus der Pläne und Ziele und ist ideal geeignet, um über langfristige und wichtige Lebenspläne zu meditieren und nachzudenken. Dabei geht es weniger um Spaßprojekte als um ganz ernsthafte, langfristige Sachen, die für eure Zukunft entscheidend sind. Es kann sein, dass euch im Januar noch ein bisschen der Schwung fehlt, weil Energieplanet Mars sich für euch bedeckt hält. Deswegen nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor, sondern teilt euch eure Vorhaben in kleinere Schritte auf. Für die Liebe habt ihr im Januar sehr schöne Sterne. Wenn ihr flirten wollt, ist dafür die erste Woche besonders gut geeignet. Vielleicht gibt es ja einen Silvester-Flirt, den ihr noch weiter ausbauen könnt. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dann habt ihr wahrscheinlich richtig Lust, euch mit euren Herzallerliebsten öfter mal zurückzuziehen und Zeit zu zweit zu genießen, besonders um die Monatsmitte herum. Nur das Thema Freundschaften scheint manchmal etwas heikel zu sein. Kann es sein, dass jemand aus dem Freundeskreis an eurer Partnerschaft etwas auszusetzen hat oder sogar ein Auge auf euch geworfen hat? Eure feste Partnerschaft sollte im Zweifelsfalle Priorität haben und ihr solltet nicht zulassen, dass eure Bekannten irgendwelche Zweifel stiften. Ab dem 20. Januar rücken berufliche und Karrierethemen mehr in den Fokus, denn dann geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert für die kommenden vier Wochen euer Zehnteshaus der Karriere. Und der Vollmond als Mondfinsternis am 21. fällt auch in euer Zehnteshaus. Die Konstellation kann die Aprilstiere ein bisschen nervös machen. Vielleicht könnt ihr aber auch einfach nur nicht schlafen. Dann ärgert euch nicht, sondern nutzt die Zeit, um euch über eure beruflichen Ziele Gedanken zu machen. Und falls ihr gute Ideen habt, schreibt sie auf. Eventuell kommen in den Tagen um den Vollmond auch Familienthemen auf den Tisch und da kann es dann darum gehen, wie ihr Beruf und Privatleben unter einen Hut bekommt. Im Januar solltet ihr ruhig der Familie ab und zu den Vorzug geben, denn ab Mitte Februar bekommt ihr einen richtigen Energieschub und wollt euch dann wahrscheinlich mit voller Kraft in eure beruflichen oder persönlichen Projekte stürzen. Deshalb kann es gar nicht schaden, wenn ihr es im Januar noch ein bisschen ruhiger angehen lasst und vielleicht die Zeit auch nutzt, um mit dem Partner oder der Familie über eure Pläne für die Zukunft zu sprechen, damit alle an einem Strang ziehen. Und weiter geht es mit dem Ausblick für die Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Für euch sieht es nach wichtigen Entwicklungen in Liebe und Partnerschaft aus. Der Neumond der Manifestation fällt bei euch ins 8. Haus. Das ist der Bereich der Verbindlichkeiten und der lang bestehenden Partnerschaften. Und gleichzeitig wird sich ja nun bis Dezember 2019 Glücksplatinit Jupiter in eurem Partnerhaus aufhalten und da gesellt sich ab dem Neumond auch die Venus dazu. Das sind wunderbare Aussichten für Geselligkeit und ihr seid sehr beliebt. Wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr den Neumond nutzen, um über eure gemeinsame Verantwortlichkeit und Anschaffungen nachzudenken. Vielleicht steht nun auch eure gemeinsame Steuererklärung an oder ihr durchforstet mal eure Versicherungen, was ihr da noch braucht. Auch Erbschaftsthemen können für euch wichtig werden. Über alles, was in dieser Hinsicht ansteht, könnt ihr zu Neumond nachdenken und euch überlegen, wie ihr das angehen wollt in den nächsten vier Wochen oder auch zwölf Monaten. Wenn ihr Singles und auf der Suche nach Flirts seid, stehen die Sterne sehr günstig für tolle neue Begegnungen, besonders ab dem Neumond, vor allem ab dem siebten, wenn auch die Venus dann noch in euer Partnerhaus geht. Deshalb denkt doch darüber nach, was ihr euch von einer Beziehung wünscht und auch wie viel Verantwortung ihr übernehmen könnt und ob ihr euch wirklich festbinden wollt. Chancen gibt es 2019 genug, aber nicht immer ist von Anfang an klar, ob eine neue Liebe auch Substanz hat. Für euch ist es sehr wichtig, dass ihr euch genug Zeit nehmt, einen aufregenden neuen Flirt näher kennenzulernen. Und seid ganz besonders vorsichtig, wenn sich der Flirt in eurem Job oder mit jemandem aus der Chefetage abspielt und geheim bleiben muss. Dahinter steckt der Einfluss von Jupiter und Neptun und das habe ich auch in meinem Jahreshoroskop-Buch ganz genau beschrieben. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die davon besonders betroffen sind. Die Leidenschaft ist jedenfalls im Januar groß für euch, besonders um die Monatsmitte herum, sieht es nach einer starken erotischen Anziehungskraft aus. Vielleicht sogar mit jemandem, mit dem ihr schon befreundet seid, weil nämlich der Mars in eurem Freundschaftshaus steht und sich eben hier mit der Venus verbindet. Und beruflich kommt ihr am besten voran, wenn ihr eure guten Kontakte pflegt, denn aus eurem Netzwerk kommen nützliche Impulse und Anregungen. Am 20. Januar geht die Sonne dann in den Wassermann und bildet für die kommenden vier Wochen einen günstigen und anregenden Aspekt zur Zwillinge-Sonne. Ihr solltet dann Reisepläne machen oder vielleicht ergibt sich ja im Januar schon ein Kurztrip übers Wochenende. Da hättet ihr viel Spaß. Der Vollmond als Mondfinsternis wirkt sehr anregend für euch und die Singles haben großartige Flirtchancen. Wie gesagt, der Ausgang ist noch ungewiss, deswegen genießt es erstmal, aber haltet euch zurück damit, gleich weitreichende Entscheidungen zu treffen. Am 24. geht auch der Merkur in den Wassermann und der Rest des Monats sieht recht entspannt und gesellig für euch aus. Zwei wunderschöne Top-Tage für die Liebe oder für persönliche, kreative Aktivitäten habt ihr an dem Wochenende vom 26. und 27. Januar. Und jetzt schauen wir für die Krebsgeborenen und Krebsaszendenten in die Sterne für den Januar. Bei euch ist eine Menge los im Horoskop. Der Mars wandert jetzt für sechs Wochen durch euer Karrierehaus. Das heißt, es gibt eine Menge zu tun und möglicherweise müsst ihr auch in Auseinandersetzungen euren Standpunkt verteidigen und das kann euch insgesamt ein wenig gereizt machen. Das Thema Partnerschaft und Begegnung ist ebenfalls sehr wichtig für euch, denn die Mondknotenachse aktiviert euer Beziehungsleben. Und die beiden mächtigen Player Saturn und Pluto stehen zusammen mit dem absteigenden Mondknoten bei euch im Partnerhaus und aktuell auch noch die Sonne im Steinbock. Das bedeutet, ihr könntet schon im Januar Menschen begegnen, die sehr wichtig für euch werden, vielleicht sogar einem neuen Lebenspartner. Diese Tendenzen wirken aber auch langfristig, das habe ich in meinem Jahrbuch ganz ausführlich beschrieben. Und schaut euch dazu bitte auch mein Special über den Mondknoten im Krebs an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt im Januar beginnt der Monat mit einer sehr günstigen Venus für euch. Für Singles ist besonders die erste Woche sehr flirtintensiv. Der Neumond der Manifestation am 6. Januar fällt in euer Partnerhaus. Sicherlich werden euch während des ganzen kommenden Jahres sehr wichtige Menschen begegnen, die euch teilweise herausfordern und bei euch seelische Prozesse in Gang bringen oder auch ganz konkret im Alltag Forderungen stellen. Ihr solltet also den Neumond nutzen, um darüber zu meditieren, wie ihr mit solchen Begegnungen umgehen wollt. Normalerweise ist es euch immer sehr wichtig, dass ihr euch mit allen gut stellt und deswegen schafft ihr es manchmal nicht, Nein zu sagen oder euch vernünftig abzugrenzen. Aber das kann jetzt und auch für die nächsten zwölf Monate ein wichtiges Thema werden. Deshalb denkt zu Neumond darüber nach. Was wollt ihr einbringen in Partnerschaften und Begegnungen und wo liegt eure Grenze? Wenn ihr auf Partnersuche seid, werdet ihr euch wahrscheinlich nicht über einen Mangel an Interessenten und Verehrern beklagen können. Aber auch hier ist es wieder wichtig, dass ihr zu euch und euren Bedürfnissen steht und nicht nur deshalb Ja sagt, damit ihr nicht mehr alleine seid. Ihr werdet Menschen begegnen, die euer Leben verändern können und die sollten es auch wert sein. Darüber könnt ihr zum Neumond meditieren und natürlich auch darüber, was ihr euch von einer Begegnung oder Partnerschaft wünscht. Mit dem Neumond wechselt die Venus in den Schützen und geht dann in euer Berufshaus. Hier ins sechste Haus. Und für den Rest des Monats gehen euch dann wahrscheinlich berufliche Aufgaben gut von der Hand und ihr versteht euch prima mit euren Kollegen. Besonders günstig ist die Zeit um die Monatsmitte. Da ziehen alle an einem Strang und ihr könnt im Team gute Fortschritte machen. Vom 19. bis 22. habt ihr eine empfindliche Phase. Da muss man euch mit Samthandschuhen anfassen und Beziehungspartner dürfen euch nicht unter Druck setzen. Das hat sicherlich auch mit dem Vollmond am 21. Januar zu tun, der als Mondfinsternis erscheint. Er zeigt, dass euch auch gut gemeinte Kritik sehr unter die Haut geht und dass ihr euch schnell in eurem Selbstwert angegriffen fühlt. Mein Tipp wäre, dass ihr eure Lieben einfach um Verständnis bittet oder euch zurückzieht. Oder ihr könnt euch in die Arbeit stürzen, denn da scheint es bis zum Monatsende gut zu laufen. Aber auch in eurem Privatleben lassen die Spannungen zum Monatsende hin wieder nach und besonders schöne Momente zeigen die Sterne am 27. und 28. Januar an. Und weiter geht es mit den Löwegeborenen und Löweaszendenten und dem Blick in die Sterne für den Januar. Ihr startet mit einer sehr schönen und vitalen und aktiven Phase ins neue Jahr. Die Sterne stehen vor allem gut für sportlichen Ehrgeiz, Reisen und erotisches Vergnügen. So mancher Löwe plant bestimmt einen Skiurlaub. Am besten ihr reist zu zweit mit eurem Herz aller Liebsten. Wenn ihr allein seid, könnt ihr im Winterurlaub einen schicken neuen Flirt anfangen. Glücksplanet Jupiter, Energieplanet Mars und ab dem 7. Januar auch die Venus stehen auf eurer Seite bei allem, was euch Spaß macht. Beruflich gibt es wohl einige Herausforderungen zu stemmen oder vielleicht auch verzwickte Situationen zu durchdenken und Anpassungen vorzunehmen. Und in diesem Bereich fällt nun der Neumond der Manifestation am 6. Januar. Und das bedeutet, dass die Anregung ist, über anstehende berufliche Entwicklungen oder Herausforderungen nachzudenken und darüber, wie ihr gegebenenfalls Probleme lösen könnt. Ihr solltet euch auf jeden Fall eine Sache vornehmen, bei der ihr ein Erfolgserlebnis haben könnt. Wahrscheinlich fallen euch gute, kreative Lösungen ein, aber es ist auch gut möglich, dass ihr euch ganz schön aufraffen müsst, um euch aufs Berufliche zu konzentrieren, weil ihr euch eigentlich lieber amüsieren würdet. Am 7. Januar abends geht die Venus ins Zeichen Schütze und verstärkt euer Bedürfnis nach Lust und Lebensfreude. Die Lilith steht weiterhin bei euch im Partnerhaus und zeigt an, dass es auch wichtig ist, dass ihr euch in euren Partnerschaften gegenseitig genug Freiraum lasst. Wenn ihr jetzt als typische Löwen eurem Partner eure Meinung aufs Auge drücken oder den Ton angeben wollt, werdet ihr erleben, dass euer Gegenüber sich kratzbürstig zeigt und da nicht so ohne weiteres mitmacht. Es wird schwer, Kompromisse bei unterschiedlichen Standpunkten zu finden, aber wenn ihr euch für die gleichen Themen begeistern könnt, dann steht tollen gemeinsamen Erlebnissen nichts im Wege. Singles haben den ganzen Januar über ein erhöhtes Flirtpotenzial, aber die Lilith zeigt an, dass ihr euch vielleicht auf Sachen einlasst, die nicht so einfach zu handhaben sind. Möglich, dass euch jemand ganz Kess umwirbt, der noch ein anderes Eisen im Feuer hat, was natürlich für den Löwen eine Frechheit ist. Lasst euch Zeit, Vertrauen aufzubauen. Wenn ihr aber doch ein wenig mit dem Feuer spielen wollt, müsst ihr euch einfach darüber im Klaren sein, dass die Sache einen ungewissen Ausgang hat. Ab der Monatsmitte prickelt es so gewaltig, dass ihr womöglich alle Vorsicht außer Acht lasst. Löwen sind eigentlich sehr treu ihrem Partner und auch ihren Prinzipien, aber im Januar können sie doch mal in Versuchung geführt werden. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Partnerhaus und auch der Vollmond bzw. die Mondfinsternis am 21. Januar fällt auf eure Beziehungsachse und lässt es weiterhin gewaltig prickeln. Aber wenn ihr ein bisschen auf euch aufpasst und auch die Gefühle der Beteiligten anderen respektiert, glaube ich, dass ihr im Januar überwiegend positive Erfahrungen machen werdet. Der 25. und 26. sind zwei richtige Top-Tage für euch. Wenn ihr in der Zeit eingeladen seid, geht unbedingt hin. Ihr werdet tolle Leute treffen und euch prächtig amüsieren. Jetzt schauen wir für die Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Januar scheint ein sehr produktiver Monat für euch zu werden. Bestimmt habt ihr längst ein Herzensprojekt in Arbeit und ihr freut euch schon darauf, zu Jahresbeginn die Ärmel hochzukrempeln und weitere Fortschritte damit zu machen. Saturn, Pluto und die Sonne stehen im günstigen Aspekt zur Jungfrausonne und ihr kommt bei allem, was euch Spaß macht und sinnvoll erscheint, gut voran. Jungfrauen in kreativen und musischen Berufen haben eine Schaffensperiode, bei der viele und auch langfristige gute Ergebnisse herauskommen. Und wenn ihr bisher ein kreatives Hobby hattet, könnt ihr euch ernsthaft überlegen, mit euren Kreationen im neuen Jahr auch Geld zu verdienen. Zum Neumond der Manifestation am 6. Januar könnt ihr überlegen, was ihr verwirklichen wollt und wie ihr davon auch profitieren könnt. Saturn und Pluto stehen bei euch im Bereich der Kreativität. Da geht es also nicht nur um Spaß, sondern auch darum, Dinge zu erschaffen oder Projekte zu verfolgen, die erfolgversprechend und einflussreich sind. Die Liebe ist auch ein sehr wichtiges Thema. Falls ihr einen Flirt habt, kümmert euch am besten gleich in der ersten Januarwoche drum, denn dann steht die Venus noch besonders günstig. Ab dem 7. Januar wandert sie dann für den Rest des Monats in den Schützen und in euer Familienhaus. Das ist auch eine schöne Venus-Position. Sie zeigt Geselligkeit und Besuch bei euch zu Hause an. Auch Glücksplanet Jupiter in eurem vierten Haus zeigt gute Tendenzen für alles Häusliche, zum Beispiel, falls ihr überlegt, in eine größere Wohnung umzuziehen oder euch ein Eigenheim zuzulegen. Bei ganz großen Vorhaben würde ich euch jedoch raten, damit noch bis September abzuwarten, denn vorher kann es diesbezüglich noch einige Unklarheiten geben und auch Liebesangelegenheiten können eure Entscheidungen zum Wohnen noch verändern. In eurem Partnerhaus steht auch 2019 das ganze Jahr über der Neptun. Das begünstigt romantische Beziehungen und neue Flirts, kann euch aber auch den klaren Blick auf die Realität einer Partnerschaft vernebeln. Auf diese langfristige Konstellation bin ich im Jahreshoroskop-Buch ausführlich eingegangen und auch darauf, welche Geburtstagskinder diese Aspekte empfangen. Im Januar können sich für die Singles unter euch heiße Flirts ergeben, aber wahrscheinlich wird sich frühestens zum Monatsende zeigen, ob die Sache Hand und Fuß hat. Sehr schön stehen die Liebessterne für die festlieierten Jungfrauen. Ihr solltet euch ab der Monatsmitte öfter mal Zeit zu zweit nehmen und das erotische Potenzial, das in der Luft liegt, sinnlich auskosten. Dafür wäre das Wochenende vom 19. und 20. Januar perfekt. Am 20. geht die Sonne in den Wassermann und am 21. haben wir dann den Vollmond als Mondfinsternis. Er fällt bei euch auf die Heilerachse. Wenn ihr als Heiler oder Berater tätig seid, wundert euch nicht, wenn viele Vollmondverwirrte den Weg zu euch finden und für euren guten Rat dankbar sind. Mit dem Vollmond kann es auch zu Spannungen in eurer festen Partnerschaft kommen. Wahrscheinlich geht es darum, wie viel Zeit ihr in eure persönlichen Projekte steckt und ob sich darüber eventuell euer Partner vernachlässigt fühlt. Doch ab dem 24. und bis zum Monatsende kehrt wieder mehr Harmonie ein und Konflikte lassen sich beilegen. Und die sinnliche Position der Liebessterne zeigt, dass so manche Versöhnung im Bett stattfindet. Und als nächstes kommt der Ausblick für die Vagegeborenen und Vageaszendenten im Januar. In der Silvesternacht geht der Mars in euer Partnerhaus und bleibt dort bis Mitte Februar. Das kann Konflikte in euren persönlichen und geschäftlichen Partnerschaften anzeigen. Kritisch ist vor allem die erste Januarwoche. Da solltet ihr Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen. Danach unterstützt euch die Venus, wenn es etwas zu besprechen gibt. Für euch fällt der Neumond der Manifestation ins vierte Haus der Familie und deshalb bietet es sich an, dass ihr über eure Familienthemen nachdenkt. Was wollt ihr ändern und was wollt ihr manifestieren im nächsten Jahr? Es kann auch anstehen, von Vergangenem loszulassen oder Ahnenforschung zu betreiben oder ganz konkret euer Heim zu entrümpeln. Für manche Wagen steht auch ein Umzug an. Macht euch Gedanken über diese Themen und findet euren persönlichen Standpunkt dazu, damit ihr bei Entscheidungen mehr Stärke und Klarheit habt. Die Sterne raten euch auch, darüber nachzudenken, wie ihr und eure Familie, sei es die Herkunftsfamilie oder die selbst gegründete Familie, euch gegenseitig unterstützen könnt. Am 7. Januar abends geht die Venus in den Schützen und unterstützt euch dann für den Rest des Monats, was die etwas streitlustige Energie von Mars im Partnerhaus gut ausgleicht. Ich denke, dass diese Kombination der Planeten euch sogar dabei helfen kann, euren Standpunkt klarzumachen und Entscheidungen zu treffen. Auseinandersetzungen in euren Beziehungen haben dann eine eher anregende Wirkung und helfen euch dabei, euren eigenen Standpunkt zu finden. Für flirtwillige Wagen sind die Konstellationen ab dem 11. Januar und für den Rest des Monats besonders schön und anregend. Und so mancher Flirt wird sich wahrscheinlich so gestalten, dass ihr an den schönen Spruch denken müsst, was sich liebt, das neckt sich. Beruflich läuft es auch gut, vor allem, wenn ihr in einem kreativen Beruf oder mit Marketing zu tun habt. Aber ihr könnt die Sterne auch nutzen, um euch selbst gut darzustellen und durch freundlichen Kontakt mit den Kollegen für gute Stimmung zu sorgen. Bei Vereinbarungen und Verträgen achtet darauf, dass alles fair abläuft und verteidigt eure Position gegebenenfalls. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für vier Wochen euer fünftes Haus der Lebensfreude. Das ist ein superschöner Aspekt. Sorgt also dafür, dass euch Zeit für Freizeitvergnügen bleibt oder auch für erotische Stunden mit eurem Herz aller Liebsten. Lilith steht ebenfalls in diesem Bereich und fordert euch auf, eurer persönlichen Kreativität Raum zu geben. Und dieses Thema wird auch durch den Vollmond mit der Mondfinsternis am 21. Januar verstärkt. Vielleicht teilt ihr euch eure Zeit am besten so ein, dass ihr in den letzten zehn Tagen des Monats auch ein bisschen Freiraum für euch habt. Sprecht euch gut mit euren Familienmitgliedern ab, wer welche Aufgaben übernimmt, sodass ihr auch ein bisschen Unterstützung bekommt. Der 25. und 26. sind zwei Top-Tage für euch für die Liebe und gegebenenfalls für eine Versöhnung im Bett. Und auch für den Rest des Monats sind die Tendenzen positiv und harmonisch. Und jetzt geht es weiter mit den Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Ihr habt einen guten Start ins neue Jahr, denn die Venus steht in der ersten Woche noch in eurem Zeichen und sorgt für Harmonie. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, ist es die beste Woche des Monats, um zu flirten. In der zweiten Monatshälfte lauft ihr Gefahr, beim Flirten mit dem Falschen anzubundeln. Seid da bitte vorsichtig. Der Mars im Widder steht bis Mitte Februar in eurem Berufshaus und deswegen spüren viele von euch einen Drang, bei der Arbeit Gas zu geben. Der Neumond, der Manifestation vom 6. Januar, fällt bei euch ins dritte Haus der Kommunikation und des Denkens. Und da stehen ja auch die großen Player Saturn und Pluto, die schon länger dafür sorgen, dass ihr besonders nachhaltig und genau plant und überlegt und auch bei eurer Selbstdarstellung und euren neuen Projekten auf den langfristigen Effekt achtet. So könnt ihr diesen Neumond nutzen, um über eure Zukunftspläne nachzudenken, die langfristig euer Leben beeinflussen und diese am besten aufzuschreiben. Das wird bestimmt eine sehr nützliche Liste, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt. Ab dem 7. Januar wechselt die Venus in den Schützen und geht dann in euer Geldhaus, wo auch Jupiter steht. Deshalb wird es ein finanziell günstiger Monat. Entweder ihr seid zu Weihnachten reich beschenkt worden oder ihr seid einfach mit eurem gut gefüllten Konto ins neue Jahr gestartet. Allerdings kann euch diese Konstellation auch dazu verführen, das Geld mit vollen Händen auszugeben. Um die Monatsmitte herum könnt ihr wirklich gute und nützliche Anschaffungen machen. Ab dem 19. Januar steigt die Versuchung, mehr Geld fürs Vergnügen auszugeben, als ihr eigentlich geplant hattet. Am 20. Januar geht die Sonne in den Wassermann und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Familienhaus. Und da findet dann auch am 21. der Vollmond als Mondfinsternis statt. Das könnte zu Spannungen im Familienkreis führen, wobei es dann wieder darum geht, wer wie viel Freiraum bekommt oder auch ob Vorhaben auch durchgezogen werden. Weil ihr zurzeit sehr weise und vorausschauend denkt, könnt ihr gemeinsam mit den Familienmitgliedern an einer Lösung arbeiten. Am ehesten empfinden die Geborenen der ersten Dekade diese Spannung. Sie sollten dafür sorgen, dass sie auch mal Zeit für sich haben. Wenn ihr doch sehr unter Strom steht, könnt ihr diese Energie gut kanalisieren, indem ihr euch im Job voll einbringt. Davon abgesehen dürfte der Rest des Monats recht harmonisch für euch verlaufen. Besonders günstig sind der 28. und 29. Januar. Beruflich wie privat können euch diese Tage einige Inspirationen schenken. Und zu dieser Zeit kann auch ein Konflikt geheilt werden. Noch ein Tipp für die Gesundheit. Lasst euch im Januar nicht hetzen. Das wäre nicht gut für eure Konzentration und euer Wohlbefinden. Wenn ihr in eurem eigenen Tempo vorgeht, erreicht ihr am meisten. Und weiter geht es mit den Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Ihr profitiert sehr von dem Eintritt des Energieplaneten Mars in den Widder in euer fünftes Haus der Lebensfreude. Denn da bildet ihr dann für die nächsten sechs Wochen einen Power-Aspekt zur Schützesonne. Das bringt Schaffenskraft, Lust am Sport und regt eure Kreativität an. Und außerdem könnt ihr euch durchsetzen und dabei andere noch mitreißen. Und in der Liebe habt ihr sehr verführerische Tendenzen. Der Neumond der Manifestation vom 6. Januar fällt bei euch ins Geldhaus. Und den solltet ihr unbedingt nutzen, um über eure langfristigen Finanzpläne nachzudenken. Die Konstellationen zeigen, dass ihr gegebenenfalls eure Einstellung zum Geld transformieren müsst. Viele Schützen sind ja sehr unbekümmert im Umgang mit Geld. Da solltet ihr jetzt sozusagen erwachsen werden und eure Einnahmen, die 2019 wahrscheinlich sprudeln werden, mit viel Verantwortung und Umsicht verwalten und nicht gleich alles wieder ausgeben. Mehr dazu erfahrt ihr auch in meinem Jahrbuch für 2019 mit allen Einzelheiten, Aspekten und den betroffenen Geburtstagskindern. Ab dem 7. Januar geht die Venus in euer Zeichen und verwöhnt euch mit ihrem Charme. Ihr habt dann eine unwiderstehliche Ausstrahlung, vor allem weil sie sich dort auch mit Jupiter und Mars verbindet. Wahrscheinlich seid ihr in Eroberungslaune und ab Mitte des Monats dominiert die Lust auf Liebe alles andere. Am 20. geht dann die Sonne in den Wassermann und bildet für die kommenden vier Wochen sehr günstige Aspekte zu eurer Sonne. Und am 21. haben wir dann den Vollmond als Mondfinsternis, ebenfalls im günstigen Aspekt zu euch. Das alles heizt eure Liebessterne an. Falls ihr alleinstehend und auf der Suche seid, steigen eure Flirtchancen enorm und ihr seid schnell Feuer und Flamme. Alternativ könnt ihr diese Kraft kanalisieren, indem ihr schöpferisch und kreativ tätig werdet. Einen Wermutstropfen hat die Sache allerdings, denn nun tritt die Verbindung zwischen Jupiter und Neptun in Kraft, die ich auch schon im Schütze-Special beschrieben habe. Sie zeigt an, dass sich so manche Romanze als Strohfeuer erweist. Wenn euer Herz beteiligt ist, solltet ihr die 90-Tage-Regel anwenden, also drei Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer und ernsthafter einlasst. Oder es muss von vornherein klar sein, dass es nur um Spaß und Lust geht. Wunderbar sind die Konstellationen, wenn ihr schon einen süßen Liebespartner habt, dann solltet ihr euch im Januar unbedingt Zeit für die Erotik nehmen. Dabei seid ihr spontan und kreativ und könnt euren Partner neu in euch verliebt machen. Schützen mit Familie müssen allerdings damit rechnen, dass zu Hause jemand schwächelt, um den sie sich kümmern müssen. Das zeigt Neptun hier im Haus der Familie an. Möglich auch, ganz konkret, dass es am Haus zu Feuchtigkeitsschäden kommt. Wenn ihr sowas bemerkt, bitte nicht ignorieren, sondern sich gleich drum kümmern. Übrigens, die Konstellationen mit Venus und Neptun können euch auch zum übertriebenen Geldausgeben verführen. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch zu Neumond einen guten Finanzplan macht und euch auch dran haltet. Insgesamt zeigen die Sterne aber, dass es für euch ein sehr prickelnder und liebevoller Monat mit vielen Möglichkeiten zum Genießen wird. Jetzt kommen wir zu den Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Januar Geburtstag habt. Noch bis zum 6. steht die Venus sehr günstig in eurem Freundschaftshaus. Deshalb ladet in dieser Zeit eure Freunde ein, wenn ihr feiern wollt. Dann sagen alle zu. Der Neumond der Manifestation am 6. Januar ist für euch der wichtigste Neumond des ganzen Jahres, denn er fällt in euer Zeichen und verstärkt die Kräfte von Saturn und auch Pluto, die langfristig im Steinbock stehen. Ihr könnt 2019 viel erreichen, viel bewegen und habt wichtige Entscheidungen zu treffen. Außerdem ist der Neumond ja auch eine partielle Sonnenfinsternis. Das bedeutet, wenn ihr zwischen dem 3. und dem 8. Januar Geburtstag habt, wirken die kosmischen Kräfte auf euch besonders stark und leiten wichtige Veränderungen in eurem Leben ein. Lest dazu bitte auch in meinem Jahrbuch nochmal die ausführliche Deutung mit allen Tipps und Geburtstagskindern nach oder meldet euch gegebenenfalls für eine Beratung bei mir. Für den Neumond bietet es sich an, dass ihr nochmal über eure wichtigen Vorhaben und auch über eure langfristigen Pläne nachdenkt und darüber, welche Sache ihr schon im Januar in Angriff nehmen wollt, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Saturn im Steinbock ist der stärkste und beste Saturn, um den Grundstein für wichtige Vorhaben zu legen oder an bereits bestehenden Projekten erfolgreich weiterzuarbeiten. Aber überlegt auch, wie ihr genug Zeit für eure Privatleben, Vergnügen und Entspannung einplanen könnt. Das ist für eure Gesundheit wichtig. Schaut euch dazu bitte auch nochmal mein Special über Saturn im Steinbock an. Es heißt, die Kunst zu manifestieren. Sehr wichtig ist für euch auch der Mars, der im Januar und noch bis Mitte Februar durch den Witter läuft. Er macht euch produktiv und schwungvoll, aber leider auch etwas gereizt, sodass ihr euch schneller aufregt. Und diese Gereiztheit kann mit Entwicklungen in der Familie zu tun haben. Vielleicht empfindet ihr die Geburtstagsplanung als anstrengend, weil euer Kalender schon so voll ist oder Familienmitglieder, die ihr gern dabei hättet, können nicht oder ähnliches. Wenn es zu stressig wird, ladet doch einfach eure Freunde ein, sich mit euch in einem netten Restaurant zu treffen. Oder ihr begeht euren Geburtstag ganz spirituell mit einer Meditation. Dabei würde euch die Venus unterstützen, die ab dem 7. Januar in den Schützen und in euer 12. Sonnenhaus des Rückzugs geht. Ihr spürt dann, wie wichtig es für euch ist, öfter mal innezuhalten und nach innen zu lauschen. Es sind gute Sterne, um Wünsche ans Universum abzusenden und einfach mal dran zu glauben, dass sich manche Probleme auf wundersame Weise lösen werden, wenn ihr ein bisschen ins Vertrauen geht. Zwischen dem 11. und dem 20. Januar haben wir schöne Aspekte. Sie zeigen an, dass sich vielleicht eure Familie oder euer Partner heimlich eine Überraschung für euch einfallen lassen. Für Singles stehen die Sterne dann sehr verführerisch. Womöglich deutet sich eine heimliche Liebschaft an. Aber ihr seid völlig zu Recht skeptisch gegenüber allem, was kompliziert werden könnte. Besonders zu Vollmond am 21. Januar können die Menschen sehr emotional reagieren und das würde euch unter Druck setzen. Egal ob Single oder fest liiert, ihr fahrt bis zum Monatsende am besten, wenn ihr euch auf sicherem Terrain bewegt und mit vertrauenswürdigen Leuten umgebt. Und lasst zwischendurch einfach mal ein bisschen los. Es sind Menschen da, die euch lieben und die euch etwas Gutes tun wollen. Und weiter geht es mit den Tendenzen für die Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Eure Tendenzen für gute Freundschaft und schöne Geburtstagspartys stehen ganz ausgezeichnet. Oder ihr werdet selbst eingeladen, zum Beispiel von Freunden mit Sternzeichen Steinbock. Gelegenheiten zum Feiern gibt es viele. Und dank eines schwungvollen Mars-Aspekts habt ihr den ganzen Monat über viel Power, sowohl zum Feiern als auch zum Arbeiten. Der Neumond der Manifestation am 6. Januar fällt in euer 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Wenn ihr euch für die Kräfte der geistigen Welt interessiert, könnt ihr zum Neumond über eure spirituellen Pläne und Ziele für das Jahr nachdenken. Aber auch ganz weltlich orientierte Wassermänner brauchen regelmäßig den Rückzug und Zeit für sich, um ihre Inspirationen und Ideen zu sortieren. Das kann auch ein Faktor für Gesundheit und Heilung für euch sein. In dem Fall könnt ihr zum Neumond überlegen, wie ihr die dafür nötigen Freiräume in eurem Leben erschaffen könnt. Zumal ja auch bis Mai noch die Lilith in eurem Zeichen steht und euch auffordert, eure persönliche Freiheit und Kreativität auszuleben und euren tiefen inneren Impulsen zu folgen. Es würde mich nicht wundern, wenn so mancher Wassermann spontan beschließt, über den Geburtstag wegzufahren, um sich zum Beispiel mit Freunden, die weit entfernt wohnen, zu treffen. Freundschaften sind für euch wichtig und glücksbringend. Und ganz besonders im Januar. Deshalb trefft euch mit euren Freunden und nutzt auch gute Gelegenheiten, um Business-Kontakte zu pflegen. Zwischen dem 10. und dem 24. Januar sind die Aspekte besonders schön für gesellige Aktivitäten, die euch auch beruflich voranbringen. Das ist auch eine sehr prickelnde Zeit zum Flirten, wenn ihr noch Single auf der Suche seid. Am 20. Januar frühmorgens geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen und aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität, Lebensfreude und Ausstrahlung. Und wenn ihr in den ersten Tagen des Wassermanns Geburtstag habt, fällt die Mondfinsternis vom 21. Januar auf eure Sonne. Diese Konstellation verspricht Spaß und Geselligkeit. Nur alles, was heimlich und kompliziert ist, darum solltet ihr einen großen Bogen machen. Das kann Flirts mit Leuten betreffen, die unentschlossen oder anderweitig gebunden sind. Aber auch finanziell kann sich eine komplizierte Situation für euch ergeben. Lasst euch da nicht leichtfertig auf Vereinbarungen oder Projekte ein. Verschiebt wichtige Finanzentscheidungen lieber auf den Februar. Und wenn das alles nicht geht, prüft alles ganz genau nach und vertraut euren eigenen originellen Ideen, um eventuelle Probleme zu lösen. Die Spannungen vom Vollmond lassen aber auch bald wieder nach und der Rest des Monats sieht dann recht harmonisch für euch aus. Freitag der 25. und Samstag der 26. sind zwei Top-Tage, ideal für eine schöne Geburtstagsfete. Jetzt schauen wir für die Fischegeborenen und Fische-Aszendenten in die Tendenzen für den Januar. Verführerisch und liebevoll stehen die Sterne für euch. So mancher Liebestraum kann im Januar in Erfüllung gehen. In der ersten Woche steht Liebesgöttin Venus noch ganz bezaubernd zur Fischesonne und verwöhnt besonders die dritte Dekade. Ideal zum Flirten. Der Neumond der Manifestation fällt am 6. Januar bei euch ins Haus der Freundschaften. Und da stehen auch schon Saturn und Pluto. Sie zeigen, dass langfristige und gewachsene Freundschaften 2019 besonders wichtig sind. Auch wenn sie vielleicht mal unbequem werden, weil die Freunde Wahrheiten aussprechen oder euch auf die nüchterne Realität hinweisen. Aber gerade im Januar dürfte das sehr nützlich für euch sein. Deshalb nutzt den Neumond, um darüber nachzudenken, welche Menschen euch besonders wichtig sind, was euch Freundschaften bedeuten, was ihr dafür tun wollt und was ihr dort erwartet. Möglicherweise wird es auch nötig, sich von bestimmten Personen zu trennen, von denen ihr euch nicht mehr verstanden oder übermäßig kritisiert fühlt. Am 7. Januar abends geht die Venus ins Zeichen Schütze und für den Rest des Monats in eine Spannung zur Fischesonne. Ihr seid dann schnell ansprechbar und verführbar oder seid ihr selbst die großen Verführer? Jedenfalls werden euch Liebesangelegenheiten wohl kaum kalt lassen. Der Wermutstropfen könnte sein, dass ihr euch in den Falschen verguckt oder dass eine Liebessituation kompliziert und undurchschaubar wird. Zum Beispiel, weil es mit jemandem knistert, mit dem ihr beruflich zu tun habt. Achtet darauf, dass ihr ganz klare Signale aussendet und genau unterscheidet, wem ihr euer Vertrauen schenken wollt und bei wem ihr lieber vorsichtig sein solltet. Beruflich scheint es ein guter Monat für euch zu werden. Glücksplanet Jupiter steht ja das ganze Jahr über in eurem Karrierehaus und im Januar gesellt sich auch noch die Venus dazu. Das sind gute Tendenzen, zum Beispiel, um mit dem Chef über eine Gehaltserhöhung zu sprechen. Allerdings müsst ihr euch vorher genau darüber im Klaren sein, was ihr wollt. Wenn ihr gute Argumente habt, werden die auf fruchtbaren Boden fallen. Auch für Präsentationen und um eure Kollegen zu überzeugen, stehen die Sterne gut. Am besten, ihr erledigt das bis zum 18. Januar. Danach kann es auch schon mal zu Missverständnissen kommen. Am 20. Januar geht die Sonne ins Zeichen Wassermann und wandert dann für vier Wochen durch euer zwölftes Sonnenhaus der Spiritualität. Und gleich am 21. haben wir dann die Mondfinsternis mit dem Vollmond, der für euch auf der Achse der Heilung und Spiritualität steht. Das kann der Auftakt für einige Wochen mit verstärkter Empfindsamkeit und Empfänglichkeit für Signale aus der geistigen Welt für euch sein. Auch Lilith steht in dem Bereich des Horoskops. Wenn ihr euch für die Spiritualität der Göttin interessiert, könnt ihr die kommenden Wochen dafür nutzen, um euch damit zu beschäftigen. Wenn ihr allerdings eine heimliche, komplizierte Liebesangelegenheit am Laufen habt, kann der Vollmond zur Verwirrung beitragen. Deshalb gebt gut auf euch acht. Am 27. und 28. habt ihr zwei besonders schöne Tage, um wieder zu Harmonie und zu eurer Mitte zu finden. Das war mein astrologischer Ausblick für den Januar. Für eine persönliche Beratung zu eurem Horoskop könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Die ausführliche Deutung eurer langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, findet ihr in meinem Buch das große Jahreshoroskop 2019. Heißer Tipp, ihr könnt es jetzt direkt über Amazon bestellen. Die haben eine größere Menge Bücher geordert und am Lager. So habt ihr es am schnellsten zu Hause. Oder ihr kauft euch das E-Book. Da gibt es natürlich gar keine Wartezeiten. Ich schreibe euch die Links zum Bestellen unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 4. Januar um 18.30 Uhr. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel, in welchem Bereich bei euch die Finsternisse vom Januar fallen. Der darauf folgende Termin ist am Freitag, den 8. Februar. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. In meiner Verlosung könnt ihr noch mal eins meiner Jahrbücher gewinnen. Und zwar mit einer persönlichen Widmung von mir. Und an der Verlosung könnt ihr teilnehmen, wenn ihr mir hier einen netten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr schon ein Abo habt, könnt ihr meinen Kanal gerne weiterempfehlen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr immer automatisch erfahrt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dazu einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2019. Mehr über die wichtigsten Konstellationen des Jahres erfahrt ihr in diesen Videospecials. Über Jupiter im Schützen und über den Mondknoten im Krebs und Saturn im Steinbock. Alles Gute mit den Sternen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!